hallo liebes publikum hbk hier und ihr seht eine neue folge von let's play pokémon omega rubin in der letzten folge haben wir ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal ganz so sicher was wir so gemacht haben aber ich muss eine kleine beichte machen denn diese folge habe ich schon mal aufgenommen diese hier und das hier ist jetzt der zweite versuch denn das letzte mal hat leider mal wieder text zu reden tonig aufgenommen weil ich zu blöd war ein kästchen ordentlich anzuklicken deswegen kann ich den jetzt aber vernünftig lesen den letzten habe ich mich so sehr fast bild das ist schrecklich gewesen ich heiße trendweg weil ich volle pulle trendy bin soll ich dir ein paar angesagte szenen sprüche beibringen ja auf dem stark meine abgefahrenen sprüche gehen eben ab wie fußpilz bei teenies wie dir bin ich voll angesagt was du findest meine sprüche total uncool uncool im sinne von heiß klaro fand du findest meine sprüche also total heiß was du verstehst nur bahnhof dann fragt deine eltern die können dir meine oberkohlen sprüche bestimmt erklären aber danke dass trotzdem zugehört hast als kleines geschenke dünn bekommst du von mir diese wasch mal ich meine natürlich o kraft letztes und herzlichen glühstrumpf hbk erhält zuneigungskraft level 1 nächstes mal bringe ich dir noch mehr szenen sprüche bei die so abgefahren die sind so abgefahren da schlack hast du mit den füßen okay ich dachte er gibt uns vielleicht noch nur o kraft der komische kautz da drüben redet vielleicht abgedrehtes zeug seltsame weise ist er aber auch irgendwie witzig leute wie den vergisst man so schnell nicht oh ja das kann ich dir wohl da hast du recht so annehmen wir haben ja jetzt das letzte mal pokémon bewegen ganz nach oben gesetzt so ich denke mal wir werden feilort ablegen und mal sabi mitnehmen das habe ich das letzte mal schon gemacht und ich hatte auch die gute patricia mitgenommen dafür ein stein weggelegt nicht green green brauchen wir noch mit zertrümmerer bob kann eigentlich auch mit auf die bank und dafür können wir könnten wet mitnehmen machen wir mal wieder tine mit ich glaube tine hatten wir lange nicht dabei so ich muss ja nicht alles genauso machen wie letztes mal wäre glaube ich auch gar nicht so toll wenn ich das auch alles noch mal genauso machen würde so oder so gehen wir erstmal ins in den markt nicht ins pokémon center das ist immer noch der markt gehört ist ja tms genau drachenroute war eigentlich ganz cool steigerungstieb haben wir ja schon kaufen wir drachenroute da bin drachenattacke dabei habe ich jetzt mal einfach gemacht so oder so hätte ich mir die irgendwann gekauft also wäre das egal gewesen immer so machen wir mal drei davon vorsichtshalber mal noch zwei leber und schon haben wir alles gucken wir mal ob irgendjemand drachenroute lernen kann von dem pokémon die wir dabei haben nein hier drachenroute nö kann keiner lernen aber wir haben es schon mal das ist immerhin etwas so dann fahren wir mal mit dem fahrrad nur damit die fahrradmusik sofort wieder aufhören kann denn leute wir müssen ja nach oben zum schlotberg war das glaube ich so erstmal jetzt der trümmerer einsetzen das letzte mal kam beleber bei raus diesmal gar nichts na toll so ihr seid trainer die schon mal bekämpft habe da oben ist die wüste was für eine wüste beschimpfung versteckt pokémon was denn das das würde mich jetzt aber wirklich mal interessieren mirabler oder nee das war kein mirabler was bist du mach rollo mit donnerschlag cool na tag habt den ab den schrei schon gar nicht mehr erkannt wie ihr gemerkt habt ok wenn du die aquawelle überlebt dann wirst du gefangen auch hat er ja locker überleben mit donnerschlag natürlich und ich lasse jack draußen das war mal selten dämlich patricia du kannst raus mama gesang natürlich hast du es jetzt abgewehrt patricia wurde erkannt wow du bist mittlerweile so fame weil du bei mir die ganze zeit kommentiert dass du sogar schon erkannt wirst von irgendwelchen wilden macho los herzlichen glückwunsch patricia herzlichen glückwunsch ähm ja beutel bälle superball los ching 1 2 3 und drin wunderbar macholo wurde gefangen jungen yes sehr gut lalalalalalalalalalala registriert kraftprotz männlich 0,8 meter 19,5 kilo gesehen 11 macholos muskeln sind etwas besonderes sie schmerzen nie egal wie sehr sie beansprucht werden dieses pokémon hat genug kraft um 100 erwachsene umherzuwerfen gleichzeitig nicht schlecht macholo nicht schlecht du bist unser kampf koloss kampf koloss kampf koloss kampf koloss sehr gut jetzt haben wir auch ein macholo mit donnerschlag coole sache lalala nananana erstmal haben wir hier alles zu teuer verdammt hallöchen einsteigen kann es auf der anderen seite ok die seilbahn fährt gleich hinauf möchtest du mit mir natürlich bitte hier entlang alles klar dann geht es gleich hoch mit der seilbahn wir fahren selber ja wir fahren hoch mit der seilbahn es ist immer noch die seilbahn da bin ich ein bisschen zu hoch mit der stimme gegangen das kann ich so lange glaube ich nicht halten oder es klingt nicht so toll klang es wahrscheinlich sowieso nicht vielen dank ich danke ihnen dass ich mit fahren durfte ich weiß etwas was du nicht weiß die damen am einstieg ist ein zwilling und die damen im ausstieg ist auch ein zwilling und die damen unten sind das auch zwillinge und dadurch sind das quadrillinge auch sind für vier so und hier kämpfe kämpfen sich offenbar die markmaß mit den aquas und umgekehrt knurren auch und auch hier oben kommen wir noch nicht hin und sind jetzt beim schloth berg nicht beim krater berg das war was anderes verflügt mensch gehen mir das alles auf den zeiger los ihr blindgänger wie los im heiß sein heißt sein pokémon etwa ihr blindgänger ist ein sehr seltsamer name führen wir von die markma geben unser bestes für das wohl aller mehr land bedeutet sich ja auch mehr platz zum leben und jeder wäre glücklich außer vielleicht die ganzen meeres tiere die ihr dabei tötet ist ihr das mal in den sinn gekommen lieber die markma rüpel mit einem für vier darüber hast du noch nie nachgedacht oder ich habe nicht wiederbelebt darüber habe ich nicht nachgedacht oder egal green ist auf jeden fall dran und dein für viernes level 22 das wusste ich aber diesmal schon weil ich glaube dass wie gesagt schon mal gemacht ja und du machst genau das gleiche brüller und eigentlich wollte ich sabi nach vorne setzen muss ich sagen das letzte mal ist auch messi nach draußen gekommen unglaublich wie sich das alles irgendwie wiederholt egal messi kriegt dadurch so oder so das level ab finde ich schön greener seine erfahrung und es wird einst morgan eingesetzt und dafür werde ich mal die gute sabi rausholen damit sie einfach mal was zu tun hat jetzt sternen hieb dass du gar nicht das pikachu das lernen kann ich hatte schon ist verdammt vielseitig muss ich sagen das hat ziemlich viel ausgemacht ich mache lieber elektroball ich glaube das dürfte mehr schaden machen elektroball aber du hast doch gar kein elektroball elektroball das ist eh das ist elektrisch natürlichen volltreffer sorry sabi das wollte ich nicht gut dann tine du bist dran ein wunderhübsches kleine schmetterlingchen noch mal wind schnitt und das sollte reichen schnitt bei smogern smogern immer immer glücklich dieses kleine smogern und wir besiegen den team marken rübel ich habe verloren wie kann das sein naja indem du nicht gewonnen hast würde ich sagen so kann das sein erst mal jack wiederbelebt erst mal auch sabi wiederbelebt dann ein paar super tränke beziehungsweise hatte ich nicht noch irgendwie hier genau ich habe da noch sprudel übrig aber sprudel macht 60 während supertrank 50 macht dann sollte ich doch lieber die supertränke benutzen das mit dem sprudel war dann doch vielleicht ein bisschen verschwendet nur so ein kleines bisschen nur so müh so dann geht es hier erst mal weiter was haben wir denn hier auf der seite habe ich voll vergessen was war denn hier hat er 59 eine schon ah ja ich weiß ich weiß was ich damit gemacht hatte nämlich habe ich tm 1 es schon dann direkt jemanden beigebracht nämlich der das lernen kann nämlich dem guten green was soll vergessen werden der gähner soll vergessen werden weil so hat dann green eine sehr schöne abdeckung von verschiedenen typen in seinem moveset und ich weiß noch gleich kommt ganz viel dialog ich trinke vorher einen schluck beziehungsweise habe ich so ein bisschen in erinnerung dass relativ viel dialog kommt wo du da du bist mir doch schon bei den media fällen in die quere gekommen sagt los du willst du es schon wieder die suppe versalzen weißt du eigentlich wie unglaublich unendlich unheimlich unfassbar ja ausgesprochen außerordentlich unverhältnismäßig in extremstem maße nervig du bist kindchen ich werde dich zur kurzen du durchkreuzt unsere pläne kein zweites mal ja das ist der kampf gegen team magma herausforderung von team magma vorstand kalle oder setzen smogon auf level 24 wenn mich nicht alles täuscht so elektro war ich hätte dönerwelle machen sollen erst mal paralysieren bevor ich es angreife ach nein genau den bullshit hast du ja letztes mal schon mit mir abgezogen erstmal sein smogon opfern ach irgendwie hat sich daran nicht viel geändert das ist doch bescheuert los team und auf der anderen seite ist ein kam auch nicht gerade meine beste wahl gewesen glaube ich erst mal stachelspore paralysieren wir das wie kann man ob es paralysiert und greift eventuell nicht an genau amnesie die spezialverteidigung steigt stark stimmt das war ja das wie was amnesie gemacht hat au flammen sturm böse effektiv bei team warum setze ich nicht direkt ein gut ich wusste nicht was er jetzt so viel pokémon benutzt also von daher trotzdem so aquawelle vielleicht noch eine verwirrung das wäre eigentlich ganz cool gewesen so nach kalle muss ich definitiv erstmal alle pokémon heilen so und da haben wir jetzt erstmal kam auch besiegt das ist schön und 313 erfahrung und wir haben keine besiegt schon wieder ich muss zugeben dass du dein team wirklich sehr stark seit aber all deine bemühungen sind zwecklos der boss ist bereits im besitz des meteoriten den wir von professor dingsbums erhalten haben wo unser boss steckt willst du wissen der ist gleich noch hinten wenn du unbedingt eine abreibung willst werde ich dich nicht davon abhalten wieso im automat bei bioshock ich habe nur noch zwei beleber na ja sabi wird wiederbelebt und halt team wie ich gerade irgendwie sämtliches heil material was ich habe aufbrauche meine pokémon so chronisch unterlevel sind eigentlich so wie sie jetzt grad sind Wenn man mal bedenkt, dass der gerade eben schon Level 24er hatte. Dass du dich bisher hervorgekämpft hast, bedeutet dann wohl, dass du Kalle bezwungen hast. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass Ergam anmarsch ist. Du hast das also. Du warst das also. Alle Achtung. Gut, dann möchte ich dir auch heute wieder etwas Wichtiges auf den Weg geben. Vor Jahrtausenden machte sich ein besonderes Wesen die gewaltige Energie im Inneren unseres Planeten schlummernd. Und zunutze, um die Landmassen, die wir unser Zuhause nennen, aus dem Nichts zu erschaffen. Diese Kraft, nach der wir streben und mit der es uns möglich sein wird, die Landmassen auszuweiten, wohnt einem urzeitlichen legendären Pokémon inne. Dieses Pokémon hat jedoch die Quelle seiner Kraft verloren und ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Du willst sicher wissen, wie man jenes Pokémon aus seinem Schlaf erwecken kann? Nun, unsere Nachforschungen haben uns schließlich zum Schlotberg geführt. Genauer gesagt, zu diesen Meteoriten hier. Denn unter den richtigen Voraussetzungen sollte es uns möglich sein, die Eigenschaften dieses besonderen Steines derart zu verändern, dass dieser zu einem Megastein oder gar zu einem Schlüsselstein wird. Wir befinden uns hier außerdem auf dem Schlotberg. Das bedeutet, dass... Hahaha, aber ich verrate dir besser nicht zu viel. Genug der Belehrung. Die Stunde der Säuberung ist angebrochen. Wie du dich sicher noch erinnern kannst, hatte ich dich im Museum von Graphic Port City eindringlichst gewarnt, dass ich kein Erbarmen mit dir zeigen würde, wenn du dich uns erneut in den Weg stellst. Daher werde ich dir nun ein Yes-Ende bereiten. Du darfst dich geehrt fühlen. Heil Magma! Okay. Eine Herausforderung von Team Magma-Boss Mark. Mark. Magma. Haha. Das habe ich schon damals mit Markuhita gebracht, den Witz. Da ist nicht mehr lustig. Und auch nicht originell. Oh, Magnaion auf Level 25 könnte ziemlich böse werden. Machen wir mal eine Dönerwelle. Aber Pikachu ist schneller als das Magnaion. Das ist cool. Und Angeberei wird abgewährt. Na, das finde ich doch mal nett. So. Sternenhieb ging daneben. Angriff von Sabi steigt stark. Und wir sind verwirrt. Wenn du schon meinen Angriff gesteigert hast, werde ich natürlich weiterhin mit Sternenhieb versuchen anzugreifen. Denn nicht nur ist Sternenhieb eine physische Attacke, sie burgt auch noch die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass man, nachdem man mit Sternenhieb getroffen hat, seinen Angriff steigert. Gewissheit. Autsch. Das war's mit Sabi. Aber du hast Magnaion sehr gut getroffen, auf jeden Fall. Green, du bist dran. Green, green. Zertrümmerer. Na komm schon. Ich wollte gerade sagen. Nur weil der Gegner gerade hier die Paralyse Sache hatte. Natürlich noch eine Angeberei. Ah, ich sitze auf meinem Fuß und der ist eingepennt. Ach, besser. Besser. Ich muss mich gerade mal ein bisschen umsetzen. Machen wir mal nochmal einen Zertrümmerer. Ah, jetzt nur mit zweifach erhöhtem Angriff sollte das ein bisschen mehr auch ausmachen. Bam. Jawoll. Das war's mit Magnaion. Wow, über 700 Erfahrung. Das ist cool. Kamerupt. Ja, dagegen sollte ich mal Jug einsetzen. Denn ich glaube, mit green komme ich gegen Kamerupt dann doch nicht so sehr gut an. Also da macht sich Jug denn noch wesentlich besser. Auf 27. Heilige. Auf Level 27. Natürlich. Man will's ja übertreiben. Oh Gott. Du hast es überlebt, Jug. Sehr gut. Und du warst schneller als Kamerupt. Das ist mir gerade aufgefallen. Sollte also reichen. Ja. Nice. Sehr gut, Jug. Die 1000 was weiß ich Erfahrungen. Naja, nicht ganz 1000. Hast du dir verdient. Aber sowas von. Im Alleingang. Sein bestes Pokémon besiegt. Nicht schlecht. Und jetzt hast du Windschnit. Da 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 da. Und ein Golbart. Gegen Golbart würde ich sehr gerne eigentlich Sabi einsetzen. So, komm Patricia. Das kannst du machen. Gucken wir mal, inwiefern du gegen Golbart abschneiden kannst. Ich überlege gerade. Habe ich mit irgendjemand anderen noch eine sehr effektive Attacke gegen Golbart? Ich glaube nicht. Oh, überlebe bitte. Sehr gut. Nein, natürlich werte ich den Gesang ab. Ist doch blöd. Anziehung. Das wäre eine Idee gewesen. Oh Mann. Habe ich mal Anziehung gemacht. Dann. Oh Mann, blöd. Go Tina. Ähm. Machen wir mal eine Stachelspore. Oh. Was ist das denn für ein Golbart bitte? Ei, ei, ei. Entweder spiele ich gerade totale Scheiße zusammen. Oder dieses Golbart ist ziemlich gut. Ein Äschern. Vielleicht kannst du es, ja, verbrennen oder so. Okay, machen wir erstmal einen Target Dieb. Sehr gut. Dann hauen wir mal eine Finte raus. Nein, kein Kung-Fu-Strahl. Das ist blöd. Kein Kung-Fu-Strahl. Genau. Nein, Kung-Fu-Strahl. Der uns verwirrt. Ah, das macht alles nicht so viel aus. Das ist irgendwie ein bisschen suboptimal. Autsch. Bin verwirrt. Greif mich natürlich selbst an, weil... Ist halt so. Ach. Ich habe aber auch keine Beleber mehr. Kann das sein? Ne, ich habe auch keinen... ...ne Beleber mehr. Das ist natürlich ein bisschen sehr blöd. Ich heile aber mal Jug anstatt Green. Weil Jug kann dann, glaube ich, doch noch ein bisschen mehr ausrichten. Ui, 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 ui. Aquavelle. Nein. Hör doch mal auf damit. Ah, das ist doch blöd. Nö, 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 nö. So, jetzt würde ich wenigstens zuerst angreifen hier mit Ruckzuck-Heep. Sehr gut. Oh, ja, klar. Macht der fast ja nichts aus. Ist klar, ist klar, ist klar. Mach mir so viel Schaden. Ach, Mann. Ach, Mann. Nein, ich will nicht gegen den verlieren. Das letzte Mal habe ich gegen den gewonnen. So, Messi. Alles hängt von dir ab. Stärke. Hey, cool. Wir sind schneller. Kopfnuss, Kopfnuss konnte zurückschrecken lassen, ne? Schreckt eventuell zurück. Das will ich doch lesen. Mach mal nur Kopfnuss. Hoffen wir, dass er zurückschreckt. Erstmal durch die Verwirrung. Ach, verdammt. Jetzt kommt der Flügelschlag. Macht. Okay. Nicht mehr verwirrt. Sehr gut. Zurückschrecken, bitte. Oder direkt besiegen. Sehr gut. Messi. Es tut mir leid, dass ich dich erst nur wegen Mitnahme und auf der Box liegen lassen haben wollte und so. Uuh. Nicht schlecht. Ich bin... Du bist nicht einen Millimeter zurückgewichen. Ja, du dafür weiner umgekippt, Kumpel. Ach Gott. Was ein Krampf. Oh. Du hast es also geschafft, mich, den großen Mark, zurückzuschlagen? Haha. Du amüsierst mich. So sei es. Dann wird es wohl Zeit, dass meine Pokémon und ich die wahre Macht der Megaentwicklung entfesseln. Auf das der letzte pfahle Hoffnungsschimmer jammervoll vor deinen Augen verglimmt. Hm? Ja, ich bin es. Oh. Am Pyroberg? Verstanden. Ich bin schon unterwegs. Ich bitte um Verzeihung. Doch mir ist kurzfristig etwas dazwischen gekommen. Also dann. Ich empfehle mich. Auch die Meteoriten kannst du übrigens gerne haben. Verfahren damit, wie es dir beliebt. Und er gibt dir mir sogar direkt in die Hand. H.P. Erhält Meteorit. Aber ich werde mir dein Gesicht gut einprägen. Ja, ich werde dir dein Gesicht einprägen. Ich werde es so machen, dass du dir dein Gesicht merken kannst. Den gleichen Fehler habe ich in der letzten Aufnahme auch schon gemacht. Ach, Mann. Immerhin hast du es geschafft, dich mir in den Weg zu stellen. Hm. Oh Gott, ja. Hm? Ist außer diesem Rottlöffel keiner hier? Pah. Dann hat sich dieser elende Feigling Mark also schon aus dem Staub gemacht. Wenn ihm der Meteorit, der so heiß war, plötzlich voll Schnuppe ist, heißt das dann das? Sag bloß, er hat den echten Edelstein in den Finger gekriegt. Dieser Kerl treibt mich noch in den Wahnsinn. Immer muss er mir einen Schritt voraus sein. Schön für dich. Und was hat das jetzt mit mir zu tun? Warum musstest du jetzt zu mir gehen, um... Egal. So oder so. Würde ich an der Stelle dann sagen. Wer ist das mit dieser doch etwas längeren Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin? Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin der HBK und sag an der Stelle. Tschüss. Bis dann. Und hoffentlich hat der Sound diesmal aufgenommen.